Hi Leute, hier ist wieder Harvey. Heute geht's aufs Trampolin. Ich zeige euch einfache Sprünge, schwerere Sprünge und sogar sowas hier. Nee, das ist natürlich ein Trick am Computer. Aber ich zeige euch in echt ein Vorwärtssalto. Los geht's mit einfachem Hock- und Kretschsprüngen. Jetzt noch ein paar saubere Strecksprünge, aber aufpassen, dass ihr in der Mitte bleibt. Die nächsten beiden Sprünge habe ich selbst erfunden. Der erste ist der Rückwärts-Harvey. Und dann gibt's natürlich auch den Vorwärts-Harvey. Wichtig bei den beiden Sprüngen ist, dass man auf den Schultern landet und Körperspannung hat. Und weiter geht's in Richtung Flickflack. Und zwar über den Handstand. Beim Rückwärts-Harvey habt ihr ja schon gelernt, nach hinten zu springen. Und das hängen wir jetzt einfach noch hinten dran. Ihr seid ja schon auf dem halben Weg zum Salto. Hey, hinfallen gehört auch dazu. Und weiter geht's mit dem Vorwärts-Salto. Beim Vorwärts-Salto ist es wichtig, dass man sich klein macht. Und wenn das klappt, dann versucht doch mal das hier. Das ist meine Kühe. Ich hoffe, euch hat mein Trampolin-Video gefallen. Wenn ihr mehr Videos wollt, hier könnt ihr abonnieren. Tschüss!